Oh, so ein Mist, jetzt ist der Reifen platt. Herr Hottelmann, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Fick die Kabel nicht weg, der Reifen ist platt. Hä? Na, ist da bloß unten. Ich meine, pack die Steine drauf und ich fahre die weg. Da hat er recht, ist gut unten.